So ihr Lieben, bevor es mit dem etwas spezielleren Video losgeht, nur noch zwölf Tage bis zur Deutschen Meisterschaft und deswegen geben wir jeden Tag bis zur Deutschen Meisterschaft Rabatt mit dem Code DM12 bekommt er ab jetzt zwölf Prozent, weil es sind ja noch zwölf Tage bis zur Deutschen Meisterschaft und einen Tag später sind es natürlich nur noch elf Tage, dann mit dem Code DM11 bekommt er elf Prozent Rabatt auf den ganzen Shop und wiederum einen Tag später mit dem Code DM10 kriegt er zehn Prozent Rabatt. Richtig erkannt, ihr kriegt immer weniger Rabatt. Deswegen der frühe Vogel und so. Und jetzt geht's los mit dem Video. Herzlich willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Wie ihr hören könnt, ihr hört nichts. Ich habe zum Anlass dieses Videos, habe ich einfach mal das Stativ gepackt, das Handy gepackt und bin mit dem E-Scooter in das Wäldchen nebenan gefahren. Beim letzten YouTube Video, wo ich mit diesen Gummibändern trainiert habe, um euch zwei Schultertricks zu zeigen zum Training, habe ich mal die Frage gestellt, wollt ihr mal was über die Psyche hören? Wollt ihr mal was hören, was ich noch nie so auf dem Kanal gemacht habe? Da habe ich mir gedacht, ein sehr deepes Thema, ein Thema, was viele Athleten betrifft, beziehungsweise fast alle Sportler, weil niemand ist von der Psyche befreit. Der Körper und der Geist, die ewige Symbiose und ganz oft ist es der Geist, was uns einen Strich durch die Rechnung macht. Da habe ich mir gedacht, wir machen jetzt hier ein neues Konzept. Ich gehe in den Wald, rede darüber, jetzt noch im Monolog. Ich denke mal, wenn ihr das Video jetzt seht und auch ein bisschen zuhört, werdet ihr auch ein paar Kommentare reinschreiben und sagen, hey Dennis, kannst du mal was sagen über dieses Thema, über das oder jenes? Das würde ich mir wünschen, dass ich auch mal einen Input von euch bekommen. Wahrscheinlich wird mir jetzt hier der Bizeps abfauen, weil ich das Mikro die ganze Zeit heben muss. Ich habe mir gedacht, ich biege mir hier so einen Ast rum, aber kannst du vergessen. Thema Psyche, Thema Motivation, Thema wie bleibe ich am Ball, Rückschläge, wie baue ich mich wieder auf. Das war für mich ein Thema, um, ich habe mir jetzt ganz viele Gedanken gemacht, das ist wahrscheinlich das Video, wo ich mir die meisten Gedanken gemacht habe, wie fange ich mit euch an, über dieses Thema zu kommunizieren, weil dieses Gebiet ist wahrscheinlich genauso umfangreich wie der Strongman-Sport selber, wenn nicht sogar größer. Da gibt es ganz, 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 ganz viele Verschachtelungen und Wege und Verästelungen. Denn einen wird es vielleicht nicht betreffen, denn einen wird es betreffen. Und deswegen möchte ich einfach mal über das Thema sprechen mit euch. Wer bist du selbst? An welchem Punkt stehst du an deiner Reise? Willst du Wettkampfathlet werden? Dann machst du das alles nur, nur ist wiederum, ihr seht selber, ich bin, ich bin da sehr, 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 sage ich auch schon ganz oft, ich sehe oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wenn jemand anfängt und auf eine Kraftsportreise geht, hat er irgendwas im Kopf. Da hat er irgendein Gefühl im Körper oder im Geist und sagt sich, Mensch, Gewichte heben macht mir Spaß. Das möchte ich weiterhin machen. Das fühlt sich gut an. Das gibt mir ein Gefühl von Befriedigung am Ende des Tages, ein gewisses Auspowern. Die Frage ist, warum braucht ein Mensch dieses Gefühl des Leistungsabrufes des Körpers? Warum braucht ein Mensch die Bestätigung? Ich bin sowieso der Meinung, dass jeder Mensch da draußen irgendwo seinen Platz haben muss und seine Bestätigung haben muss und das Gefühl haben muss, gebraucht zu werden. Das ist ganz wichtig. Und heute mache ich das Video und hier fliegt ein Flieger nach dem anderen über den Wald drüber, obwohl ja eigentlich immer Flugzeugstille ist. Das Thema, warum rennt man ins Fitnessstudio und trainiert? Was gibt einem das Gefühl? Und was ich jetzt wahrscheinlich sagen werde, wird vielleicht ein bisschen den einen treffen, den anderen nicht. Das fängt dir schon an mit dem Elternhaus bzw. mit der Erziehung. Der ein oder andere in der heutigen Zeit wird aufgezogen wie ein rohes Ei. Und der andere, da heißt es halt, du bist nichts wert, du kannst nichts, fass das nicht an. Also es gibt sehr viele verschiedene Facetten. Der eine sagt oder bekommt gesagt, fass das nicht an, du tust dir weh. Du, du, du. Also viele packen die Kinder wie so ein rohes Ei ein und schneiden ihnen eher die Flügel ab, als ihnen Wind darunter zu geben. Und wenn du jetzt aufwächst und du kriegst die ganze Zeit gesagt, fass das nicht an, mach das nicht, tu das nicht, du tust dir weh, such dir lieber jemanden, der das für dich macht, etc., 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 kann dieser Mensch meiner Meinung nach eine gewisse Nutzlosigkeit in sich fühlen und sucht sich dann irgendwas im Leben, wo er nützlich ist, was er kann. Und da glaube ich, haben wir in der Gesellschaft ganz viele Menschen, die das, ich will nicht sagen kompensieren, aber man braucht ja irgendetwas, wofür man strebt. Und dadurch, dass ich ja viele Coachings gebe und viele Seminare, merke ich Leute, wie sie an die Handel rangehen. Das, was ich ja jetzt sage, das rührt ja nicht aus nirgendwo, sondern das kommt ja schon irgendwo her, dass ich sagen kann, okay, ich habe viele mutlose Menschen getroffen. Ich habe viele Menschen getroffen, die sagen, ach, ich schaffe das nicht. Boah, und jetzt den Stein. Boah, der eine war ja schon schwer und so. Und wenn ich dann mit diesen Leuten auch spreche, im Eisendschungel, auf der Strongmanburg oder auf der Villa, dann merke ich sehr schnell, dass sie eine Erziehung genossen haben, wo ihnen eher die Flügel abgeschnitten wurden, als das Wind darunter gegeben wurde. Das heißt ja fördern und fordern. Eine gewisse Härte ist gesund. Aber wenn die, ich verstehe es ja auch auf der einen Seite, wenn die Eltern sagen, ich habe keine Zeit. Beide berufstätig, Kapitalismus, Häuschen, Auto, das muss alles sein und so. Und dann kommt das Kind und wann können wir es denn in die Kita stecken und wie und was. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann für Eltern schwer ist, dass die dann sagen, nee, nee, lass das. Fass das nicht an. Anstatt es dem Kind zu zeigen und dem Kind auf einen eigenen Weg zu schicken. So. Jetzt kommen wir zu der Psyche der Leute. Ich versuche das Video, es wird auch ein One-Take, ich schneide da nicht viel rum. Sind viele mutlos und wenn die dann zum Sport kommen, haben diese Leute so eine gewisse Hemmung. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt der PRs, die wir alle möchten. Wir möchten ja hingehen und wir möchten ja stärker werden. Wir möchten ja besser werden. Wir möchten ja mehr Muskeln aufbauen. Wir möchten stärker werden. Wir möchten heute eine 100 Kilo Kugel heben und morgen möchte man ja 110 Kilo Kugel heben oder gar mehr. Jetzt kommt man an diesen Punkt, wo man etwas machen muss, was man noch nie getan hat. Und kombiniert mit dieser Erziehung davor, mit dem Fass das nicht an, pass auf und sei vorsichtig, merke ich, dass Leute an das Gewicht rangehen und bewegen sich langsamer als zuvor. Das ist wie so eine Hemmung in ihnen so. Und wenn ich dann mit den Leuten ein bisschen so gesprochen habe, so warum beschleunigst du jetzt nicht mehr, weil das Gewicht ist ja schwerer. Um das noch schwerere Gewicht zu bewegen, musst du eigentlich noch mehr Gas geben. Ja, ich habe Angst, mir wehzumachen. Ja, ich will, wenn ich dann aus der Hocke und mit dem Gewicht rauskomme, will ich erst mal gucken, wo das Gewicht hingeht. Angst. Angst, Angst, Angst. Ich habe ganz selten Menschen getroffen, das so richtige Draufgänger sind, die sagen, jetzt komm, gib mir noch zehn Kilo mehr. Ich rotze das Ding weg. Es ist sehr verhalten. Und wer schon mal, wer mich so ein bisschen näher kennengelernt hat, so mit Gym oder Seminare oder Festivals oder sonst was, sage ich ja immer, komm, kack dich nicht so ein. Und ich habe halt gemerkt die letzten Jahre, dass die Leute sehr ängstlich sind. Und mit dem Thema Psyche wollte ich jetzt in dem ersten Video halt anfangen. Und einfach mal mit euch drüber quatschen oder halt einfach den Cent von mir dazu geben. Wie seid ihr groß geworden? Kennt ihr das? Oder kennt ihr auch totale Desinteresse, dass egal was man macht, das hat ihr keinen Wert, dass ihr quasi das Kinder rumstreuen an Wart und habt Scheiße gebaut und das hat die Eltern nicht interessiert. Und ich glaube, ganz viel von der Psyche, was in dem heutigen Athleten drin steckt, deswegen gibt es ja auch Sportpsychologen, ganz viel, was in der Psyche drin steckt, keimt in der Kindheit. Ich will es jetzt nicht Traumata nennen oder sowas. Es gibt natürlich auch Extremfälle, aber schon so kleine Sachen wie das Kind wie ein rohes Ei behandeln, dem Kind verbieten jetzt mal mit dem Fahrrad schnell den Berg runterzufahren und so. Das baut Hemmung auf. Das baut Angst auf. Und wenn man dann an ein PR geht oder halt an ein neues Top-Gewicht oder dann kann ich mir vorstellen, dass diese Angst dich hindern kann, das Gewicht zu heben. Weil viele trainieren gut, viele essen gut, viele schlafen gut, die machen alles richtig. Aber wenn es dann auf den Wettkampf kommt und wenn es dann an den Punkt kommt, wo es darauf ankommt, dann brechen sie ein. Und da möchte ich jetzt mit dem ersten Video hier mal so ein bisschen... Schreibt mir in die Kommentare. Die meisten haben ja sowieso einen anonymen YouTube-Kanal oder halt einen Account. Da mal unten reinschreiben. Kennt ihr jemanden mit so einem Fall? Seid ihr vielleicht persönlich, ich will nicht sagen man betroffen, aber erkennt ihr euch wieder. Und dann würde ich im zweiten Video auf dieses Thema so ein bisschen aufbauen. Weil das ist der Ursprung, meiner Meinung nach. Das ist der Ursprung, warum man denn Sport macht. Weil man dann jemand sein möchte, weil die ganze Zeit hat man sich zurückhalten müssen. Aber dann, wenn es darauf ankommt, ich will nicht sagen, hat man nicht die Eier, aber hat man nicht den Mut, jetzt all in zu gehen? Wurde man zu behütet großgezogen? Wurde man großgezogen? Ach, lass den links liegen? Es ist ein schweres Thema. Es ist ein tiefes Thema. Der ein oder andere wird sich, wie gesagt, erkennen. Und deswegen würde ich sagen, das war es erst mal. Jetzt habt ihr Hausaufgaben. Jetzt könnt ihr mal fragen oder in euch gehen. Wie war das früher? Oder fragt die Eltern. Wie war ich als Kind? War ich draufgängerisch? War ich eher vorsichtig? Und, und, und. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn man das reflektiert, findet man Werkzeuge, Mittel und Wege, daran zu arbeiten. Und dann anders da an einem PR oder an eine wichtige Situation. Das kann ja auch im Leben sein, wenn man eine wichtige ist. Das ist eine Prüfungsangst. Ein Kind, was die ganze Zeit geschont wird, muss jetzt eine Arbeit schreiben in zwei Stunden. Jetzt. Nicht irgendwie in irgendwelchen sicheren Safe Spaces oder sonst was, sondern jetzt. Prüfungsangst. Da hat man bei uns früher drüber gelacht. Aber ich glaube, das ist so, da würde ich diese Psycho-Reihe hier oder diese Psyche-Reihe hier, was ich jetzt auf YouTube machen will. Wenn es euch gefällt, ne? Könnt ihr ja kommentieren drunter. Jetzt kommt der nächste Flieger. Also, ihr habt Hausaufgaben. Denkt mal drüber nach. Schreibt einen Kommentar drunter. Ich bedanke mich vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.